Gibt es da wieder was kostenlos? Ne. Dann schauen wir doch einmal. Also der CT20 hat da 2,2 Millionen Kosten. Der eine Million. Ist das der? Ne. Glaub nicht. Das ist der Klavier. Ne, der Aufflug. Da wieder da. Servus. Der hat flügelte Türen. Ich schau jetzt gerade. Gut, ich habe jetzt 726.000 Dollar. Und ich schau jetzt. Ja. Weil da. Ach, da war der. Äh. Das war einer. Wenn wir da oder die. Rampeter oder Zocktumheim. Da habe ich doch einmal gesagt. Oh, geht es den auch zum Kaufen? Ah, ich habe ihn schon gefunden. Na da. Ja. Der Centorno. Aber das ist nicht so gut wie der T20, was? Ja, der T20 kostet halt 2,2 Millionen. Auf der anderen Seite. Ich kannte jetzt eigentlich auch noch Spuren auf die 2,2. Äh, welchen hast du da gehabt? Ähm. Den Centorno oder Pegassi? Den du hast ja. Der kostet plus 750.000. Der hat 750 PS und der T20 hat glaube ich 800 PS. Oder? 800, ja. Ähm. Bis zu 346 KMH. Schauen wir mal. 346. 342. 2,8 Sekunden. Und. 3 Sekunden? 0 auf 100? Hm. Ja, muss ich mal nur schauen. Ich kann mir... Doch, ich kann mir den jetzt einfach so kaufen. Aber ja, dann muss ich mal in der Nacht drüber schlafen. Das ist wie in der Real Life Leute, da wollen wir jetzt aufpassen. Erst mal in der Nacht drüber noch denken. Oder was darfst du denn du nochmal für ein Auto kaufen? Boah. Sehr gute Frage. Da stehen auch gerade drei Chats umeinander. Flughafen. Und ein Heli und nochmal ein Heli. Bist du... Am Flughafen. Okay, ich in deine Lobby. Ha! Oh Mann, ey. Es ist ja kein Problem. Spiel beitreten. Lol, da hat gerade ein Chats. Voll ein Heli zerstört. Voll weggefickt, alter. Ach, du Scheiße. Gar nicht mit Raketen, sondern mit Maschinenquellen. Da steht ein Chats. Ach so, ein Kampf-Chats? Nein, doch nicht. Oh, sorry, ich verschaut. Ähm, dein Apartment in die... Wie heißt der Tower, da da? Äh, Eclipse Tower. Genau. Der hat aber keinen Helikopterlandeplatz, oder? Äh, ich glaube nicht. Weil das war der auch mal... Wenn man irgendwie so ein Chat oder so mal kaufen darf hat. Man ist ja dann immer... Oder wenn du dein Privat-Chat anheuerst. Oder anforderst. Dann ist ja im Chat ein bisschen immer am Flugzeug. Ach so, okay. Der Chat sowieso. Äh, äh. Der höchste Heli. Eventuell. Ja, stimmt auch wieder. Aber... Aber... Jetzt sind schon drei Helis. Das ist so ein geiler Kampf-Heli. Ich muss da mal ganz, 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 ganz Blödsinn machen. Glaube. Soll ich warten auf dich? Ja, du kannst... Oder kannst du warten? Bessere Frage. Ja, ja klar. Ich hab keine Sterne, nix. Na okay, dann komm ich mal kurz. Das Problem ist, ich bin da gerade schon dagegen gefahren. Ich weiß nicht, ob das... Wenn nicht, du kannst ja schon mal einsteigen, oder? Ja, bin ja. Wird ja nicht dick gespawnt. Ah, ich kann aber nicht schießen auf jeden Fall, weil... Ja. Gibt's keine Maschinen? Nein, weil ich mit dem Passivmodus bin. Ach so, okay. Da kann ich ja gar nicht abschießen. Ich bin auf den Weg. Ja, wo bist du? Bist du schon in meiner Lobby? Freilich! Echt, woher? Ich bin so schnell. Du siehst mich da gar nicht auf der Karte. Ich leg dir jetzt gerade mal entgegen, weil... Warum soll ich warten? Aber ich weiß nicht, ob der... Oh Gott, ich glaube, der raucht wirklich schon. Ich bin mal dagegen gefahren. Der raucht, der ist jetzt schon ein bisschen dicker geworden. Ja, die sind sehr empfindlich, die Jets. Nein, das ist kein Jets. Das ist ein Ding von uns. Helikopter? Ach so. Ja. Okay. Ich glaube, ich steige, ich steige ihn wieder hin und dann... ... nehmen wir den mit einem anderen oder so. An den Helikopter sind einfach mal Maschinengewehre dran. Jo. Noice. Das ist so kaum viel. So ein Schwarzer. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das ein normaler Rauch ist oder ob das... Aber jetzt, wenn ich wirklich in der Luft bloß stehe, dann kommt weniger aus. Als wenn ich mich bewege. Ja, ist wurscht. Komm, dann sterben wir halt, oder? Beide. Ich glaube... Ja, dann stellen wir halt einfach... Aber ich glaube... Ich bin nun nicht so oft in GTA 5 Helikopter geflogen. Das ist eine sehr gute Frage. Ah, du bist unter mir? Okay, ich lande wieder mit einem Helikopter. Oh Gott. Schau mal. Sollt ihr mir was? Na, kann gut gehen. Du hast so ein grünes Auto, was so ein Mantschgerl drin hockt. Ah, da bist du. Okay. So. Soll ich steigen? Schau mal. Nice. So. Und dann... ... gehe ich aus dem Passivmodus. Damit ich schießen kann. Aber ich bin für gesprungen, also ich bin für... ...ja... ...wurscht auch. Aber da unten wartet nur ein Helikopter, oder? Ja, ist das halt kaum Heli? Ich glaube schon. Schauen wir mal. Ja. Das sind sogar zwei, oder? Na, der... Der linke ist, glaube ich, normal, dann aber... Oh Gott, das war zu meiner Zeit. Also die da vor uns auf jeden Fall. Ja. Die anderen zwei haben normale. Verwechseln wir, oder was? Ja. Ja. Dreck du. Okay. Das ist bloß die Frage... ...was machen wir da jetzt halt? Können wir da scheißen? Warte, bleib mal kurz stehen. Ja, ich konnte, oder? Da ist doch im Moment sowieso ein Event. Okay, komm, Jason, passt. Die beste Stärke und schneller als du. Oh mein, ich konnte, 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 alles klar, aber geil. Das müssen wir noch machen, bei dem Event. Ich gehe jetzt das erste Mal aus dem Posse-Modus raus. So. Vielleicht steht da mehrer dann. Oder steht wahrscheinlich auch bloß die beste Stärke, oder? Ja. Aber auf der Karte wird auch nichts angezeigt, oder? Nee. Okay. Ich stehe das mal an, Sim. Mhm. Alter Schwede, jetzt zeigst du es auch. Was ist das du? Okay. Ach, das sind so Leuchtpistolen, oder? Wo ist es nicht so, oder? Der Bestie. Die Nummer auch zeigt auf der Map. Der ist gerade nicht mehr. Oder ist das der Typ da unter uns? Nein, oder? Ah, doch! Was ist das? Das ist ein ganz normaler Typ. Bei mir wird gerade nichts ausgezeigt. Schauen wir mal. Wieder jetzt dran. Oh, oh! Was denn? Ich habe das Piepen gekehrt. Was? Wauua- her hinzu! Mach muss! Achtung! Es piept wieder! Alter! Jetzt habe ich einen Stern. Ich habe auch einen Stern. Okay, machen wir weiter mit Blutzen, oder? Was haben wir auch erkannt? Wir kannten wohl Tennis spielen. OOOOH! LOL! ACHET! ACHET! OOOOH! 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 Wo ist denn der? OOOOH! OOOOH! NEEEIN! Hätte ich auch steigen so noch an uns. Ach, scheiße! Na gut! Vorsicht, ich mache das, oder? Ja, gut, dass du es sagst. Ich gehe so schwer und gerne zu fundamental sind. Was poured ich in endlich mit Tennis? EICHÄ? Ach so, du hast vor mir TV gar nicht sagen! Felix! issimo! Der Eleismann ist drin! Ich fragl's! In der Nähe, oder? Ja! Der Tennisplatz. EICHÄ! Was was denn da ist? Da war doch gleich einer. Warte mal, ich nehme den kurz Ja dann. Ja dann. Du kannst da hinlaufen. Mein Krummer hab gestellt. Hallo. Mein Krummer kommt auch davon. Fahre ich dann schon mal zum Tennisplatz. Ja du brauchst eh bloß auch nicht Hilfe. Du kannst dann einladen oder? Auch weil beim... Arm drücken, ja. Ja. Aber ich hab auch mal Tennis gespielt. Ich hab im Storymodus einmal... Tennis gespielt. Bloß ist die Frage wo ist der Tennisplatz? Wird auf die andere Seite? Ich weiß grad jetzt. Wahrscheinlich, oder? Ähm... Wahrscheinlich, oder? Für's mal. Probier's mal... Mit... Gemütlichkeit. Du hast jetzt mein Auto zusammengefahren, ich hab das verkehrt. Na das war ein anderer. Ein NPC. Oh da... Warte mal da oben, Alter, da mach mal du Affe, Alter. Weil im Luxurier es ist natürlich, bitte. Oder? Ja. Okay, haben wir auch schon. Nice. Oh... Okay. Ich glaub dir ein. Oh, das schaut zwar nicht schlecht aus, ey. Das ist richtig nobel, ey. Und alles zensiert und so. Ähm, Match, Länge, Einsatz. Oder drei Sätze. Machen wir mal drei Sätze, oder? Na, einer, 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 einer. Einer, einer. Einer, okay. Weil ich hab beim Story-Modus, ich glaub... Drei oder so, ey. Und das hat ewig lang dauert. Okay. Ich hab ja halbige Stunde, oder so zockt. Ach, schüss. Äh, ja... Dann... Nehmen, Tennis, jawohl. Na, jetzt komm da! Äh, jetzt komm da! Wolltest du mir doch zu tun, oder mit Gamepad? Boah, wie hab ich denn... Ich glaub ich hab mit Gamepad zockt. Oh, ich hab mich ja gleich geblickt. Wir haben auch noch Gamepad. Aber ich weiß vielleicht die Dings nicht mehr, gell? Ich weiß auch nichts mehr. Alles klar. Beide Noobs. Alles Noobs. Beide Noobs, hab ich gesagt, ne? Oh Gott. Weiter, weiter. Ja. Alles klar. Boah, ich weiß. Wow! Okay. Okay. Schau mal. Schau mal. Ach so, du, du schlägst jetzt immer immer auf, gell? Ja. Ja. Hast du besonders ausschlagen? Ich traue mich nicht. Machen. What? Oh! Was hat mich mein Characters gemacht, he? Warte! Warte! Oh, echt, he? Oh, die Location ist schon mega geil, he. Oh Gott. So, ich habe... Oh Gott. Noi? Ja, ich habe andere Tasten aus, weil bitte geht schon mal nicht. Ich habe im Hintergrund dann nur die Skyline von Los Santos. Was? Mach ich da immer so... What? Hallo! Der hat so eine Beude aufgeräten. Mach ich da immer so schwere Aufschläge, also so starke? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schau mal. Ich habe keine Ahnung, du. Ah! Warte heck. Oh, komm ich doch nicht hier! Gah! Warte! 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 Warum hat er das jetzt nicht gemacht? Was hast du jetzt gesehen? Ey, ist das immer das gleiche Eck? Was? Wenn du mich nutzt? Ja. Wie willst du... Oh Gott, aufschlagen! Äh, a? Ach, und dann hat man glaube ich nochmal a-drucken mein Schiff. Achtung Wow, wieso war das jetzt rot? Warum? Warum? Hä? Das ist... Ah, du kleiner Wichser, du! Weil du Rechtshänder bist, das kann doch nicht sein, oder? Ich muss sagen, ja... Was machst du denn? Ich mach doch gar nichts! Wow! Oh, den hab ich jetzt nicht erwischt! Okay! Ja! Warte mal, ähm... Bloß mal, so golfen kann man doch auch, oder? Ja, das machen wir dann auch, okay! Okay! Das dauert wahrscheinlich nur länger... Aber egal! Kann sein! Alter! Jetzt... Jetzt gibt's aber gar nichts! Oh! Man muss uns auch! Ey! Mann! Man, ein bisschen aufhören da! So, zack! Den schlockt er nicht mehr! Das gibt's doch nicht! Den schlockt er nicht! Hä? Ich versteh's nicht! Entweder steht er weit vorne, oder was weiß ich! Keine Ahnung! Aber bei mir ist die... Rechts die Schwäche! Bei dir ist links die Schwäche! Der war ja heftig! War der? Ja! Oh! Das bedeutet Break Boy! Achso, wenn du gerade auch gehabt hast, der hat der letzte... Für den... Für die Runde... Na, okay! Vielleicht letzter! Leu, wieso dreht sich denn meiner immer so? Ist doch nicht normal, oder? Oh! Spiel verloren! 1-1, oder weh? Oh! Und welche Spiele macht man da jetzt? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Wer sagt, dass eins hat da... Ich hab keine Ahnung! Weil ich... Beim... Beim Michael hab ich dann einfach abbrach! Weil ich ein Bock mehr gehabt habe! Echt? Ja! Ja! Oh Gott, du bist ein kleiner Wichser! Hahaha! Das kannst du doch nicht, oder? Voll genannt hast du mich! Also ich zähle jetzt dann immer auf das Eck, oder weh? Hahaha! Das kannst du doch nicht sein, oder? Ich hab's genau gewusst! Loi! Oh! Hahaha! Wann? Der regt mich ab! Ich mach mal links, einmal rechts! Also bitte! Ja! Aber ich komm... Der... Der schafft das nimmer! Das gibt's doch nicht! Zum... Zum rechten geht er hin, zum linken nicht! Obwohl das er gleich weit entfernt ist! Hahaha! Okay! Komisch! Loi! Genau! Genau dieses! Genau dieses! Okay, ey! Ich glaub ich versteh jetzt dein Problem! Aber ich glaub ich hab jetzt auch... Du bist halt scheiße gemacht! Boah! Nase juckt! Oh! Ich hab jetzt nie erwartet, dass du den Zackschuss losgelagst! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Okay! das wird bis 3g oder ach der mit bis zwei auch bis zwei punkte raus ja okay dann war das schnell um mich im moment steht es nur 11 ok alter das war's ja eben dass das verstehe ich eben jetzt das wurde gerade spielball ja für die für die spiele jetzt erst 1 2 1 für dich und ich weiß halt nicht wie weit das jetzt geht ob das jetzt bis 14 oder so geht keine ahnung ich weiß auch nicht weil ich hab dann beim michael habe ich dann gab bei 3 0 habe ich dann abgebrochen weil ich immer denkt ja ich würde jetzt zehn runden machen oder so oder der wille wot ja ja kreide kreide oder geht es bei einem nach beim Tischtennis geht es doch bis 21 Ja, und da gibt es nicht so 15er-Sprünge oder 10er-Sprünge, gibt es da nicht. Ah, stimmt, da war was, ja. Jawoll! Sauber. Jetzt hast du es ja lassen, oder? Mit dem Eck. Oh, ja. Ich denke. Oh, geiler Match, ey. Wow! Da ist sie noch gerade. Oh! Oh! Sauber. Das war jetzt nice. Aber es ist bei dir Rastkarte. Schon, ja. Ey, 40-0, was geht ab? What? Ah, okay. Ah, jetzt geht es wieder, oder? Ich hab, ich hab, ich hab's, ich hab's vielleicht geschlagen. Okay. Weil das auch schade, das will das auch schade, weil das auch schade im Amt im Anzug Tennis spielen. Gibt es da wirklich Tennis-Klamotten? Gute Frage. Ja. Ja. Oh, ja, der war gemein. Der war mal gemein. Also, 3 zu 1. Jetzt kann's eigentlich auch mal reichen, oder? Es ist wieder da ungestanden, Spiel gewonnen. Oh ja, Aufschlag. Ja, du hast jetzt, es steht 3 zu 1. Aber wie weit ist das jetzt, gell? Keine Ahnung. Ich kann jetzt nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es wieder alles hat. Bis unendlich macht, keine Ahnung. Ich mach... Wir sind noch live. Chat, ich hoffe, es schaut irgendjemand zusammen, der Tennis spielt. Wir brauchen eine Antwort. Voll die Tennis-Profis hier. Oh. Jetzt hast du nicht gescheit erwischt, oder? Aha. Nein. Oder Best of 5 kann das sein? Dann hätt ich das auch schon mit 3 gewonnen. Ja, stimmt eigentlich. Stimmt. Keine Ahnung. Loll. Du bist voll vom... vom... Halt, ass. Achso. Loll. Du bist gerade voll vom Ball vom Ball geredet. Aber der war schon im Spielfeld bei dir. Ja. Ja, aber so seht ich gar keine Punkte gekriegt. Ja, aber ich hab doch jetzt... Ach, nein, 15... Ach, ich hab 30 Punkte. What? Oh. Du, Gatter! Also, also haben wir beide auf die gleiche Seite geschlagen. Ich hab jetzt beide gegenseitig gewidiert. Du bist Tico, aber ich nimmer. Mann. Sabere dir. Aber wenn ich... Aber wenn ich jetzt gewinne, dann steht es 3 zu 2. Also, das ist doch... Ich glaub, ich glaube, ich jetzt einfach gewinne. Loll! Ich bin dumm aufhörig, nicht dumm, hey. Na! Da, 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 da macht er nix mehr! Der ist bloß ganz gezündete Herkette, saude, blöde. Ach, schau, wie der Exel. 3 zu 2, ach Gott, ey. Boah, 5, wir haben ja auch, okay. Also, wer, wer 5 Spiele gewinne hat, oder wer? Ja. Okay, ja. Ich würd jetzt nicht sagen 4, weil wenn ich das gewinne hätte, dann wär's ein bisschen... Aber... Wow! Hab ich den nur da geratzt, hey. Ich hab nicht gedacht, wo er viel hätte, dass ich den Laden so einen Stoppball mache, denn ich hätte schnell verbrühten können, okay. Aber jetzt wären wir schon besser, merkten wir schon, hey. Echt so. Okay, wenn man da Wochen wahrscheinlich nicht mehr zockt, also Tennis, dann hat das wahrscheinlich wieder anders das. Oh ja. Aber... Aber... Ich glaub ja. Na ja, nach 5 Runden sollte man das eigentlich schon mal erwarten, oder? Nach 5 Spielen. Ja. Dass es ein bisschen besser wird. Ja. Durchaus. Ah, falsche Tasten. Okay. Was hast du jetzt da gedruckt? Ich hab jetzt A gedruckt. Das war aber nicht richtig, oder? Weil, wenn er jetzt schnell kommt, dann sollte man am besten auch einen Grundschlag machen, also so hab ich jetzt die Erfahrung ein bisschen gemacht, oder? Okay. Vielleicht wurde er ja bloß zu weit, äh, weit weg, ja. Kann natürlich auch so. LOL! Was? Ich hab... Na ja, nun eigentlich was Druck, und... Und dann... Und dann... Ja, jetzt... Ja, jetzt gehst du mal einmal. Droh und dann... Das läuft aber kurz, aber... Ja, okay. Ja. Ja. du eigentlich immer ein aufschlag machst du den aufs kreuz oder du denn machst du den erinner im roten bereich oder roten so schade so weit wie möglich ist und direkt oben auf ach so okay warum wir da also vorhin mal einmal schneller waren weiß geschafft habe ich habe es da eigentlich immer aufs kreuz gezielt echt ja okay okay aber da war so gar nichts nutzte wenn jetzt tennisch schon so lange dauern ganz ehrlich ich habe piz mit angeschaut weil die golf zockt um der klar wird zwei stunden dauert wir haben natürlich auch wissenschaft was gemacht aber der glas aber alter ja ich nehme ein noch ja ich hoffe noch fünf werfen noch fünf spielen herr ja das ist ja wenn ich kenne das ist keine ahnung hier wird aber zu Uuuuuh Aaaaah, zweng Loll Loll? Das ist immer das gleiche Ecke Das war jetzt ein Grundschlag Das war jetzt ein Grundschlag Aber ich glaub ich bin genau da hingegangen Weil da der Ball aufgekommen ist Weißt du also, ne weißt du noch nicht Achso Bede davor noch, danach vielleicht Wow, das war aber jetzt Knapp bei mir Ich hab Ausdauer, 100% Oh, oh my god Ach er ist jetzt Ausdauer gerade, ja So, jetzt gehen wir aus, oder? Ja, gehen wir aus, ey Ja, wie machen wir das jetzt, letzten? Ich weiß nicht Wie kann man denn, äh, verlassen? Oder wir wollen einfach schon den nächsten Shop gleich Geht ich? Ah Ah Ja, da Kommt das nicht aus, ich gehe? Kannst du aus, ich gehe? Oh, Aufschlag-Uhr Ah, Aufschlag-Uhr, ja genau Schlag einmal Ja, der Löch jetzt einfach unterlaufen, oder? Achso, ja, weiß ich nicht Ja, hab ich halt verloren wahrscheinlich, oder? Ach, da macht er automatisch einen Aufschlag Ja, äh, wie lange spielen wir in der Sonne? Halt mal Ach, wirklich beenden, ich kann es so beenden, oder? Schau mal Hat er Spiele verlassen, hat er nicht verlassen Ist er ausgestiegen Ich weiß ja jetzt nicht, ob du jetzt nicht irgendwas kriegst Ich bin nicht Ausdau ist voll, passt Ja, das ist das Wichtigste Lauter Screen Du, ja Ja Jop, bin ich auch Wie soll es das gleich holfen? Ähm, halt nimmer, wenn ich mal auf die Uhr schaue, da geht es Also jetzt Schluss, oder? Ja, eigentlich schon Schluss Ja toll Halt's range Hau dir das Tennis jetzt irgendwas gebraucht? Außer den Ausdauer? Nix, oder? Nein, ich hab mir so ein paar Bildschirme da noch Ich hab mir das einfach bloß zum blöd machen, zum blödln Das, ähm, bei mir ist es so nah gestanden, ja, wenn du, äh, wenn du kein Spielverderber sein willst, dann bin ich kein Spiel aus Ja, das kommt aber immer Ach so, okay Wenn du abbrichst, kommt das immer Das kommt sogar, wenn du, nach einer Mission, äh, auf den, äh, Freimodus holst Kommt das sogar Ach so, okay Ja Ich hab's noch nicht aufgefangen Ah, da ist wieder Polizei unterwegs, okay Ich hab's gecrashed Oh yeah Ja Oh Gott Oh Gott, was macht er da für eine Karamboulage? Bei einer, nein, Eclipse Tower ist auch immer viel los, ey Was ist du jetzt gerade? Ja, ich bin dringesessen Auf einmal kommt die Nachricht, dein persönliches Fahrzeug wurde zerstört Du kannst bei Moos Futscherl anrufen, um ein neues zu antragen Er war halt, ich in der Garage gestanden bin und in der Garage ist explodiert Ich bin voll gegen den Garage gefahren Ach sooo Aber, ich bin dann wieder weggefahren, ich war dann schon wieder auf der anderen Straßenseite vom Explodiert Und ich stell's dir neben mir Vor meinem kaputten Karuba Ja Scheiße Okay, es kostet nichts Ich glaub, das erste Mal kostet ja nichts Es befindet, nein, ich hab's schon mal Ach so Es befindet sich im Ja, die saut jetzt ein paar Minuten, bis dein Auto in der Garage steht Na Hallo Ich brauche, ich brauche nur das Lieferler Jetzt bin ich vorbei